ja also ich habe wohl einen ausgang übersehen von diesem komischen gebiet mit dem gas irgendwo dran vorbeigelaufen und bin nicht mehr rechtzeitig rein gekommen aber diesmal werden wir schaffen diesmal glaube ich dran ich weiß ja jetzt wie man diese raptoren ablenkt und zwar indem ich gliedmaßen von meinen kameraden werfe klingt makaber ist aber so so leiten läufer lang nehmen wir mal einen fuß nehmen wir den fuß er sollte reichen werde ich auch erstmal schmeißen und dann renne ich einfach weg dann nach rechts soll das auch schön gewesen sein im bunker wollen wir nicht wir wollen ja wir wollen zu den vorräten besser nehmen wir uns davon welcher mit ekelig 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 ekelhaft hier haben wir noch kameraden die rumliegen ich hier schon mal können wir da in den arm nehmen nämlich die hand im mittelbber ach hier kam ich doch genau hier hätte ich lang gemusst holyfack was soll das denn hab ich ja jetzt so ein bisschen erschrocken also müssen zu der vorratskammer kommen ich glaube hier kommt der raptor gleich an ich glaube hier kommt der raptor gleich an ja ich habe dich ausgetrickst da haut er ab und jetzt gehe ich ganz langsam hier lang genau da ist das zeug genau genau wir wollen eben zu den vorräten die da lang sind na der hat noch gelebt ganz kurz äh ja anders noch darf irgendwelche mit ja 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 patrone blablabla ich habe kein gewehr gefunden oder so oder hast du hier hat der hier irgendwo gewehr rumfliegen nicht du hast ein gewehr ne hat auch kein gewehr mh auf jeden fall ist das die gasmaske die wir brauchen und das triggert wohl irgendwie ja ok rennen wir weiter 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 da ist das gas hier sollten wir Maske aufsetzen das kann man hier lang laufen und und jetzt wird er weiter zur leiter oh fuck hab ich nicht gesehen auch hier geht es runter aha holy fuck holy fuck er schreckt mich halt oh da ist die leiter holy fuck holy fuck holy fuck huuuh ok ha 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 а ha 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 Ja, ich bin tot. Hm. Und das war's jetzt? Ja, das scheint es gewesen zu sein. Hätte ich einen anderen Part eigentlich gar nicht beenden müssen, oder? Naja. Gut, dann würde ich mal sagen, ich verabschiede mich für dieses Spiel und sage bis zum nächsten Mal, irgendwann. Auf unbestimmte Zeit. Ja. Haut rein. Geht jetzt aus.